Frank, habt ihr den Ball schon ausgeliefert? Nein, nein, nein! Die dürfen ihn nicht verschaffen. Da ist der Falsche drin. Es ist mir egal, wie du das anstellst. Aber hol ihn aus diesem Scheiß! Loch wieder raus. Ist sowas legal? Gibt's ja nicht ein Gesetz gegen Bucher? Höfte nicht. Den Rest kriegen wir schon irgendwie zusammen. Ja, genau. Sind wir doch froh, dass Papa so weit mal mitgedacht hat. Ich könnte mir selbst in den Arsch beißen. Sie hat uns jahrelang, ach was, jahrzehntelang, alle gegeneinander ausgespielt und wir sind alle darauf reingefallen. Ruhig dich, Anna! Ich will mich nicht beruhigen. Schlaflose Nächte hat mir diese Frau bereit. Das ist ja nicht die erste Rechnung, die bei mir landet. Herbert Miller hatte also mehrere Kinder. Was schon einiges über sein Leben aussah, so muss er auch eine Frau gehabt haben. Und wir sind alle sicherlich traurig, dass er so plötzlich und unerwartet und auf so tragische Weise von uns gegangen ist. Schlaflose Nächte Vielen Dank.